Mit diesem Gadget geht deine Katze komfortabler auf die Toilette als du. Was der Ritter Robot 4 alles kann, das gucken wir uns in diesem Video an. Litter Robot 4 wurde als modulares System entwickelt. Daher lassen sich alle Teile leicht demontieren und reinigen. Allerdings versteht sich die smarte Katzentoilette in erster Linie als Ort des Katzengeschäfts, an dem der Besitzer so wenig wie möglich beteiligt ist. Denn der Litter Robot 4 erledigt alles. Dafür ist es mit einer Vielzahl von Funktionen und Sensoren ausgestattet. Katzenbesitzer bekommen die Ergebnisse folglich via Wi-Fi-Connection auf das Smartphone. Das System hinter dem Litter Robot 4 funktioniert mithilfe verschiedener Sensoren. Betritt eine Katze die Katzentoilette, wird sie registriert. Funktionen zum Wiegen und Identifizieren von Katzen werden später in diesem Jahr hinzugefügt. Wenn das Haustier die Katzentoilette verlässt, dreht sich der Innenraum und trennt den Schmutz vom Rest des Streus. Letzteres fällt durch ein feinmaschiges Sieb. Der Rest endet in einem Auffangbehälter im Boden. Im Anschluss dreht sich alles zurück, die Streu fällt wieder in die Box und ist so neu wie frisch. Davon bekommt der Besitzer des Litter Robot 4 als auch die Katzen erst einmal wenig mit. Jedoch lassen sich die Besucher auf der Katzentoilette via App verfolgen. Hersteller Whiskers hat hier diverse Informationen zusammengefasst. Unter diesen ist auch der Füllstand der Auffangbox. Ist es Zeit zum Leeren, teilt die App das mit. Hierzu wird der untere Teil herausgezogen, der Beutel mit den Hinterlassenschaften entnommen und durch einen frischen ersetzt. Was dieses smarte Klo besonders nützlich macht, ist nicht nur das Selbstreinigungssystem, sondern auch die Tatsache, dass das Teil mit einem Filter ausgestattet ist, der Gerüche zuverlässig einfängt. So lässt sich die Katzentoilette auch bequem überall platzieren. Interne Sensoren sorgen auch dafür, dass die Tiere im Inneren immer sicher sind. Wenn es ein Problem gibt, wird es über die App angezeigt. Der Hersteller Whiskers bietet eine intelligente Katzentoilette an, die viele der Unannehmlichkeiten löst, mit denen Katzenbesitzer konfrontiert sind. Da das Produkt zudem Gerüche zu beseitigen scheint, für bis zu vier Katzen verwendbar ist und zukünftig weitere Funktionen wie zum Beispiel Wiegen haben wird, ist die selbstreinigende Katzentoilette eine echte Alternative zur klassischen Variante. Bleibt die Frage, ob Katzenbesitzer bereit sind, rund 600 Euro für den Litter Robot 4 zu berappen.